Der nächste Mal Mönnelo ein Papillon gespielt und für Neustürmutter am 9. August wird der Gruber freigeschaut Wir sind immer dran und für Neustürmutter E-Match gespielt und ist der Charakter schon und jo der Modal noch der Punkt schon gesagt wird wie sieht für diesen Modal und mir gehts weg am Hardmenu und heute spielt ich kein Lachs und so glaube ich die Tatscheremoven und ich überweise dass Blooper im Duas wie wir das gleiche gemacht haben ich bin mal gespannt ob wir die nächste Mal auch nach der nächsten Karte Ah voilà der erste Lachs da gehen wir nach dem Match direkt Moin Wir haben auch schon ein Zeitgebet heute angefangen in Amerika zu neuer manchmal Kirschke wo noch vorbei war Du hast auch schon die Blooper das ist freigeschaut Ja weil du hast den richtigen Genuss in dem Fall kannst du spielen ohne die viele Disconnects greifen oder Ja und durch gut wir fangen den Match bei so 5 auf das nächste Jahr alles wie es geht immer sonst ich kann mich freuen wie heißt es mit der Story wie heißt es mit dem Spiel selber wie viel hast du schon gespielt wie gefällt dir das erzähl also besser die Story hatte ich relativ schnell durch äh bis bei den letzten zwei Levelern habe ich relativ lang äh und ja das Spiel war ziemlich gut auch beim Verschillen GF erfahne ich aus später mit dem Online zu werden 17.000 und dann die meine dann noch nicht fertig das Spiel das Spiel das Spiel mit der Story kein Problem und schon nicht das ist ein Problem kann nicht als erstes ich habe es im Update dass die so krass aus weil in Belgien bist du komisch was hat dann Präzision aber ich erinnere mich um Karmak und du wirst dich gesprungen für die Leute die auch schnell genug geguckt hat ne die 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 effektiv aber normalerweise gibt der Ball so weit das Spiel gesprungen weil du der die die und die sind den die den der die die sehr 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 in die Ich habe hier noch ein paar Bälle gesehen, der Ball springt effektiv, nämlich so weit wie hier drüben. Ich habe hier ein kleines Scheuer mit Schwingen. Du hast beim Riki gesehen, da hat das Video gemerkt, wie aus bei dir beim Glück gehen. Okay. Du kannst mir erzählen, was du willst, wenn du das Video aus dem Update gehen kannst. Ja, aber das ist wirklich schneller. Ich habe schon gespielt. Ich habe hier wirklich einen Punkt. Du kannst es auch online machen. Ja, wahrscheinlich ist das Video. Ja. Das ist einfach ein ganz normales Matches Spiel, wenn du die Disconnects für zu kreieren, wenn du das mal wieder rauskommst. Ja. Ich habe hier drüben. Ich habe hier noch einen Schlag. 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 Ja. Ja. Diese Schlag hängt bei mir mal eigentlich bis hier rum, glaube ich. Ja. Es hängt auch mal auf dem Weg, wenn ich mich schüsse mache. Weil ich habe das nächste Problem mit dem WLAN. Da können wir mal mit, äh, und Finkt ist von dir, was eigentlich sollt auch kommen. Äh, also ich werde Kabel, wenn ich wirklich vollständig gebe, ich werde den WLAN, was du meinst, bloß. Ja. 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 Ich hab die Schub. Ich hab die Schlag gewacht, hätte ich spüle, wer gerade zu fertig gemacht gehen würde. Hab dem Poto-Update, die Lange Plan verschwimmt. Ja. Oh, also von den Kuhs-Vilägen, dass bei den Engel-Level Hohmann-Protto ist, dass das schon eine Nassheit ist. Schwer und Schwer, da haben wir doch auch, da haben wir noch eine Spakante. Ich hab' eine Chance, der war noch nicht zu playen. Ich denke, der Match war mit dem Tim und dem Chibi. Erzähl also ob das besser wie wer. Ja, Mann, gegen Tim war ich ziemlich krass verloren. Also, ich habe noch einen E-punkt gemacht. Also, ich habe noch einen E-punkt gemacht. Und dann geht es die Schiby-Dönschen. Ich habe noch einen Top-Ball-Punkte gemacht, weil ich mich nicht mehr so lange habe. Ich habe noch einen Schlagzeug gemacht, und ich habe noch einen Schlagzeug gemacht. Ich habe noch einen Schlagzeug gemacht. Ich habe noch einen Schlagzeug gemacht. Ich habe schon gespielt, er hat zum Tim zwingt kleine Frieger, so lange das wir mal sehen. Und dann habe ich das nächste Match auf der Dush gut gespielt und dann habe ich ihn direkt am zweiten gemacht. Schaut, wie du sagst, du bist nicht so überzeugt vom Online-Turnier-Modus, erzählst du doch noch ein bisschen. Äh, was geht? Beim Online-Modus, du bist nicht so begeistert, im Sinne von... So, das ist eine Begeisterung. Geht, also das ist die nächste Ausnahme, wo es so schief ist. Das ist eine Begeisterung. Das ist eine Begeisterung. Das ist eine Begeisterung. Das ist eine Begeisterung. So, das ist eine Begeisterung. Ich finde ja. Ich fühlst dann nachher den Problemen an, wenn es so viele Modus überweist. Jo, ich finde du, in der Punkt habe ich dir schon einen Tieren gespielt. Ah ja, ich hab ziemlich schnell durchgesuchtet, also das schadet mich. Ja, und 3D ist auch noch, obwohl die dritten Nachwesens noch die letzte Level bei Spanien sind. Ja, und ob es mir Zeit hat, dann geh ich auch vielleicht mit einem Kamele in den Spielen befassen, dann wird es doch nicht mehr zu schwer sehen. Hoffentlich wohl einfach. Ja, ich hab so ein gutes Kraftwerk, hab ich ganz viel Zeit drin zu spielen. Okay. Ich bin schon bei den Zuschauern. Es war schon ziemlich schwer, um noch 4 zu kommen, wenn wir die ganze Zeit haben. Naja, noch andere geschossen jetzt. Oh, das war schon gespielt. Du, kommst die Tür mehr an. Na, kleinen Stopp mal. Jedem mal. Jetzt sind wir gleich gut. Ja. Du brauchst eben ein bisschen den Schwert. Ich verpasst mir für immer. Wie soll ich gemessen, dass ich mit 2D komme, was geht. Ja. 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 Ich hab' mir gleich gut gemacht. Ich hab' auch noch mal gefällt. Ich hab' mir gegessen. Du darfst doch gleich loschen, weil du mir schießt, wenn du mir schießt. Ja. Okay. Ich hab' mir gerade dreimal gewöhnt. Ich glaube für den Ball fuchten Scheisse auch. Oh, das kann ich nicht. Oh, das kann ich nicht. Ah, da rein ist ein bisschen komisch. Ich fand das so, das war ziemlich interessant, weil die im Dreh entstanden sind das Tier. Das ist der Kaktalo, wir sind ja schon die ganze Zeit Luigi, oder? Spielst du auch noch mit anderen, oder? Ja, das habe ich echt gehört, dass ich noch mal Luigi spiele. Okay, das ist so... Nächstes war ja auch gemütlich, aber wobei es nicht kommt, dann hast du das. Ja, ich experimentiere gerade noch. Ich denke, ich habe noch ein bisschen ins Gegenteil. Ja, das ist schon knapp, stimmt ja. Also, da mit Jürgen. Bei Jürgen im Match, den er zu fast geht, weil er schon wieder ein guter Zeichen hat. Oh, das war nicht geplant. Ja, das ist schlimm. Konntest du auch machen. Ich denke, das ist eine Verwürde. Also, das ist ein bisschen kritisch. Ich denke, dass ich die Zeitlupe mache, mir ist schlimm, dass ich sofort direkt am Stär. Und... Also, das ist ein bisschen irritiert. Oh, fuck. Warte, du. Ich bin ein bisschen dr確. Ja, der erste Schuss finde ich ja schon auf die Hattenverschmacht. Du hast ja hier von der ersten Schuss finde ich schon gewświademisch. Ich glaube nicht, dass ich ein bisschen mehr zu tun habe. Ja. Ja, ich glaube nicht. Ja... Ja... Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann kann ich schnell drücken. Gute Stopp. Wow, ich hab geblockt und wow. Ich hätte nicht drüber gerechnet, dass ich den Spezialfisch kann benutzen. Ja, ich hätte nicht drüber gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich den Spezialfisch verabschieden habe. Ja. Ja, ich habe den Spezialfisch. 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 Du hast noch eine zweite Match. Sie erfüllt ganz gut. Ein interessanter Match, weil viel Baul. Ja, das hat relativ lange gedauert. Ja, das stimmt. Und ich habe auch noch die Energie geguckt, die wir uns erspielt haben. Eieieiei. Gut, geben wir den nächsten Match direkt. Das ist doch voll genial, wie du uns in Dröschen siehst. Ich probiere uns mal Luigi die erste Köhe an, wenn du mich einfach fertigstimmst, oder? Oh je. Ja, aber ich habe noch einen Bowser probiert. Ja, der ist auch noch kräftig, wie ein Donkey zu spielen. Das ist eine 2. Das ist von... Da sehe ich ja so Donkey an. So, jetzt bin ich zu gewünscht. So, da sind wir morgen ja noch... Da sind wir noch ein Terrain, wo die Zöger geht. Wie man so... Man muss doch noch so an denken, oder? Ja. Ich habe ihn nicht aufgetast... Die Trichlöbein, also mit einem Ball. Da habe ich sehr schicke, wo man aufkommt. Ich mache das schicke, wo man aufkommt. Aber ich habe ihn nicht aufgetast. Ah, man steht vorbei. Ja schon. Schön, dass du... Lanschke Drift-Bosnan, die Gretsch-Bosnan. Oh, f***. Oh, f***. Anime Dürer-Gang, you can see the shark. das ist zu weit für mich gut gespielt ja, ist komisch, weil die Bälle die behaupten, weil die Einkäfte ja wirklich nicht das zeigt doch immer an dem Timing, wenn ihr die Knäppchen direkt sehen könnt aber auf der Richtung kannst du auch noch ein bisschen überflossen das ist alles ein sehr guter Timing wie viel dich zu daraus ist, wenn ihr jetzt auch immer alles plötzlich hört wenn die Bälle gleich kommen ich hätte die Knäppchen gedreht und hofft dann wird das gleich gut ausgespielt ja, wir sind auch gleich auf der Feier, wir werden ein Café nicht hier ich weiß nicht, dass du schon mal einen Realmodus probierst weil ich etwas mehr Feiermodus sind schon nicht der Kostenscheuer äh, Realmodus also, dass wir im Joy-Con am Grab kommen ja, die richtigen Tennis also auch mit dem Timing an allen sagen ja, mit der Hutz momentan hätte ich nicht vieles ja, mehr du hast schon mal eine Ausstellung davon das ist auch nicht mehr zu spielen mit dem Ender wenn die Sonne an den Kummer knallt das ist eine Ausstellung von ganz überwiegend aber içi das ist wirklich ja, gut 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 ja, ich habe mich immer noch ziemlich viel mehr zu faire weil ich nicht mehr zu spielen Ich kann da nicht mehr probieren. Wenn du einen Ball spielst, dann gibt es den nächsten Kürzen, den ich gerne probiere. Ich habe es schon gar nicht vertesten. Wow! Schuss geht's! Ich glaube meistens ziemlich gut, weil wir nicht mehr loslegen, äh... ja, Lacklern und andere Lop machen dann noch so ein... so ein bisschen zu mischen, so du eh. Weil... erst gibt es auch noch einen Tick rein und dann noch an zu gehen. schluss schluss die jahre schlieben am Y die werden sterben in die Stadt ja dummer Blut wenn ich auch am meisten mit deinem Flasher bedarf ja ja nach Spannung eigentlich zum schluss ja scheiße ja schluss nach der Hand stark ja 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 Ah, nicht so, ob ich hier noch kreie und da drüben kriege ich mich nicht. Ah, ich hab's nicht noch kreie. Okay. Ich denke, ich geh für's wie löst. Ja, 3. Beton, diese Schlepp-Kommplatz. Alle dachten, die ich eh fand, die ich zum Schluss Oh, Schuss, Gabriel Ja, ich hab ne Ränke hier weiter für langer Zeit. Ja, die Chance hat Kickhofter-Treffer gehen aus der Kloß. Jetzt sind wir hier. Ich hab ne Rächtnämpfer-Treffer. Ich hab nur nämlich viel zu so, weil Träume auch so, na ich geh. Oh shit, scheiße. Ja, da hängt der Bottegurm. Das hätte ich schon mal bei der Spezialschleife. Ja, du gehst mir den Weg auch noch den Ball so ausheben. Holy shit. Ja, das ist doch mein Fehler. Noch mein Tod. Da waren 3-0. Und da wurde er durchtesten, an die Richtung einer gescheiße. Weil wir gesagt, der Opfer. Gut, zum Schluss hier gleich. Ganz spannend gewesen. So und ob dieser Platz mehr fürs Spielen gut gespielt. Mach weiter viel Spaß beim Turnier. Danke. So nach Schluss für heute. Halt für das Video. Auch schwer, oder? Ja. Okay. Los machte bei der ersten App Sorge voll. Sonst gibt mir auch ein bisschen Platz. Aufschalten. Danke. Bis die nächste Woche. Alle. Ciao, ciao. Ade. . verb nieuws. 절g